Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Minecraft Season 4 Und ihr habt schon Kollege Turnstuh gehört, der wieder mit von der Partie ist Rego Hi Genau So, wir bauen jetzt, wir haben schon ein bisschen gespielt, halt unser Platz gesucht, wir haben uns in diesem Alter, der Hund muss hier doch nur rein, hier ist es gemütlich bei deinen Treuen Ja, wir haben noch nichts gebaut und nichts, wir wollen das jetzt mal ein bisschen anders machen, zwecks bauen und so Ja Ohne Christoph erst mal, der wird eventuell noch hinzustoßen Und natürlich Der jetzt mit der Kontrolle, was wir die ganze Zeit labern aus dem Und das hat uns gemütet Dann scheint, kommt der klein rein und Hallo! Und so ein Scheiß, aber Janik Ich bin einfach dann Asin Pieps raus Hoch Jetzt was darf gar nicht machen? Nein Ja, ähm So, ihr seid jetzt schon Ja, wir haben schon, wie gesagt Dazu werben uns lange nicht wie schon äh, alle zwei Stunden damit gesucht Im ganzen, oder? Kann auch noch, ja, wo sind Ja, wir sind auf jeden Fall Ja, wir sind auf jeden Fall Ja, auf jeden Fall also Ja, auf jeden Fall, so So, Schüssi, der wartet da Neck ein bisschen, Kater Neck mal, nee aber ich kann es abbauen wo baue ich denn musst du ebenen da oben und so ein ebner und sich naja kannst du auch hochkommen alle ganz voll hoch und leute ist ja noch so was das habe ich gar nicht gesehen was ist denn da noch nix nix sag da muss ich schon hochkommen doch 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 das musst du boah da kommt er direkt ins Mikro ähm machen wir das wieder mit der Fleischkeule ja mal gucken in den Tappen ja ich kann auch noch nicht verzaubern nee aber ich hab doch immer so eine Fleischkeule in Tappen eingebaut weißt ja ja ähm das fand ich aber ziemlich witzig hm so oh äh oh was ist dort aber hast du ja irgendwie höchste hast du da oben einen Baum abgebaut weil hier unten liegt Holz und alles nö nö welch Creeper ah ne du hast ja noch Difficulty 0 ach ich hab ja noch Difficulty aus siehste oh leute ich hab ja gar keinen Platz mehr wollen wir eins oder zwei zwei eins erst ne zwei ist normal oder da mal nochmal ok alles klar ich setze jetzt hier den Grundstein für das Haus oh meins wird wieder ewig dauern da steckt meinst wird diesmal ein bisschen länger dauern da hättest ach da hättest du ja ich mach mal blöd aus der Höhle ich glaub ich hab grad fast vorunter gefallen ich hab auch fast in Abhängen gemacht ich hab die Höhle gesehen hab ne ich hab genug okay ich hab grad gemacht jetzt bist du tot ne 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 ich hab noch einiger Zollung ah ne hier ist gar nicht hier ist eigentlich ich bin ja auf 1 9 ich bin ja auf 1 9 so äh ich glaub ich brauche das mal eine kleine eine kleine Rote das erste Anfangshaus und alles hoffentlich passt das das sieht so low aus das Haus hier oben dann äh du musst aber bedenken dass du noch bis zu einer bestimmten Höhe bauen kannst ne ja ja unendlich ja aber nicht ich spring gleich einfach mal hoch mal gucken wir hoch ich das machen na ich baue unter mir Blöcke und dann auf die gewünschte Höhe zu kommen ja ich hab schon mein Plan und du hast auch was wir bauen oh ja das haben wir schon das wird schon also ich weiß da jetzt du weißt meins ja noch nicht ne ne ich will so ein hängendes Haus bauen und äh zwischen euch rücken weißt du ich sehs da schon da ist der Kackstift haha jo da könnte da das ist es das ist es aber ich sehe ja gg Jiri ja x2 weil ich sehs doch schon den Kackstift äh ue so ein hängendes Haus hier ja du warst zu weit oben gebaut oder ist der oben da das eigentlich ziemlich ne hier kann ich ultra ist runterreißen ist ein wasserfall ich habe das immer noch an das f3 ich habe schon mal holz für den grundstein aber ich glaube ich von Rantzholz es immer mit Prozent scheiß-frags Screenshots k die OECD-AZE auch die Gäste als Gorda Reis mit der Handelsmann ich weiß nicht ob man sich die ringsuits bauen kann ich glaube es gibt nur ein also würde mir ich brauche kein köttel aus ich brauche mal wieder direkt du bist da oben du bist da oben wenn ihr so wie bei angerötet kommt dann müssen dann hier so abwertigen einst du bist der glätsel das hat meinten doch bald ich sehe doch schon die kackst als der zogelst das war das soll bei euch am aus 6 da muss ich das mal wieder anstrengend das ist seit 5.000 Wochen und seit Sieg mit Projektweisen mehr als du weißt was es ist aber Prozent Prozent doch du weißt doch hier wo ich nicht überfalle Kassel Koffer Ahrt Prozent Euro geschnitten Prozent 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 und die GF-Kanal die Kreuzer sagt nicht das Problem der hat gesagt um irgendwas funktioniert auch im Programm Neustart darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen da musst du das aufnehmen hier kommt dann eine Höhle rein das mal kurz ich bin sauer ein Ei das Ei des Kolumbus dann krieg ich jetzt immer direkt drei Türen das finde ich ein bisschen gay wo ist die Tür da ist es der Kakaus der hat provisorische Eimerschnieger ich kann sie ja mal sehen das hat gesehen der Schlitz ich glaube ich brauche auch ein Stein Kakaus ja ich brauche das für den Anfang halt weißt du dann machen wir die Folgen 15 ne 30 fuck you ne ne fuck you nicht 30 da hat er keine Lust ich hab letztes wir haben letztes irgendwas aufgenommen weißt du noch da haben wir auch die damit auch ne Quatsch nicht machen wir nicht doch da haben wir auch ähm A-Tommel gespielt ne äh und kennst doch diese Langhalsviecher ne die Prontosaurus ne ja ich hab da ein Austausch mit dem Triceratops äh Triceratops gepult der Tops Junge ne hab ich einen mit dem Triceratops gepult der hat sich dann hinterher geraten und ich krieg's auch in die Kilder das ist ein Legit viel mhm Ultrakrank so aber da krieg's so'n komischen Knochen äh damit kann sich so'n legendären Dino beschwören weißt du mhm da haben wir halt direkt gekriegt voll sicherlich ist es ging los dass man halt hinterher kann der war am Anfang halt voll lahm da wird sich Gastgegänger aller und nicht gekriegt hat die Klinik aber und äh ich hab ich hab die Lugge zählisch so'n kleines Katz und er will gut das sieben aber ich kann nicht mitgekrieg das hat einfach gekriegt also dass er nicht der Pronto hat den gekillt der hat den Pronto gekillt was halt absolut krank war wir sind die Klänge seit der Karte gekriegt die Dinos Kloppen auf das Vieh drauf und dann verrägt einfach Prozent Prozent Falk in der Panik abgestürzt Prozent Prozent Achgrösser WD das war ja meine Schuld ist also Christoph Lauf nach rechts war aber links vom Ausweis ist dann direkt in das Vier reingerannt so gab auch aus dem Slamis ich und 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 sollte zwar eigentlich klein werden aber direkt erst mal das hübscheste haus offen ich sehe schon dass er auch schon licht gemacht nö eigentlich nicht doch auf meine für meine tiere ja ja da oben ist hier halt licht ja ooooh creeper ich muss mal eben gucken ob er hier auf die vier stiftchen holz für den kackstiftel reichen so sogar einer zu füß so ooooh 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 ooooh